Drex ist wirklich perfekt. Sie können Sie Ihre Emotionen. Ich habe keine Emotionen gezeigt. Sie ist auch derjenige, der uns zu erinnern hat. Das war Sie? Wir sind mit der Galaxie über die Psycho-Halle? Wir sind mit der Psycho-Halle für eine Party-Trecke? Das ist meine Arbeit, die die Selestiein. Was bedeutet das? Die Selestiein? Sie haben unsere Gedanken gemacht. Warum? Ich bin Groot. Sie denken, ich bin jemandem der Selestiein. Wie ist das? Selestiein? Warum ist es nur eine? Und das ist auch ich? Oh, ich kann erklären. Oh. Warte, warte, warte. 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 Ich weiß, warte, früher auch nicht... Warte, warte, warte. Na, komm. Warte. Warte, vor allem was beschäftigt... Bla, bla, bla. Ich will so, es diese alles hört. Dann ist es Zeit zu opens auf. Gehen Sie, Mantis. tonightnsinnig. Natürlich, Quill. Er escr dimensioniert mich nur durch meine Eigenquicioslamaformen. Ähm, das will ich jetzt auch nicht nervetief geben werden. Das passt so. Das passt so ganz. Ich bin nur ein Kind aus der Erde. Es geht nicht an, wo du geboren bist. Es geht nur an, was du tun. Du bist der Celestial-Ein, Peter. Oh, du bist so voll von Krap, Frau. Wenn Peter dieses Celestial-Wassit ist, dann... warum nicht die Stuhl-Forge funktionieren? Natürlich, er hat ihn zurück. Aber wenn wir ihn wieder versuchen, auf... ... jemand anderes... ... das nicht gemacht hat. Das ist ein Verzweck. Ich kann das Gefühl, dass es mit dir ist. Die Stuhl-Forge ist... ...limitiert gerade jetzt. Es kann nur noch ein Leben auf einen Körper, ... der ist meistens whole und... ...undeterioriert. Ich bin Grote. Du hast gesagt, jetzt. Das bedeutet, dass Dinge anders sein können? Ja. Du kannst alles verändern. Wie? Der Celestial-Ein muss die Stuhl-Forge ... in die Stuhl-Frage. Daher du kannst du es echte Kraft, ... oder zerstörst ihn für immer. Und das Kraft, was? Was ist das? Er zurück. Von irgendwelchen Zeit, ... zurück in das Leben des Lebens. Okay. Die Stuhl-Forge. Die Stuhl-Forge. Die Stuhl-Forge. Die Stuhl-Forge. Wenn du so inkliert, ... ... ... ... ... Ich weiß nicht warum. Das sieht gut ausgedrückt. Du kannst jemanden zurückbringen? Wie... jemanden überhaupt? Jemanden, die überhaupt existiert, kann er zurückbringen. So lange, wenn du die... Energie, natürlich. Ein Leben für ein Leben. Also, jemand muss noch sterben, um das Ding zu funktionieren. Dann können wir uns aufhören und versuchen das Ding. Ja! Wirklich? Wer bist du zu töten? Ja, du wirst mich nicht verletzt. Hala will, um diese Forge zu erzeugen, um ihre Armee zu erzeugen. Wir müssen ihn verletzen. Nicht, bis meine Familie wird zurück. Ich bin Groot. Groot sagt, er ist auf meine Seite. Das ist 3 zu 1, Gamora. Das ist nicht wahr. Groot fühlt sich das Gegenteil. Ich meine... Vielleicht ist etwas in die Sprache verloren. Hey, hey, du versuchen zu verstehen, ich bin Groot, all die Zeit. Das 3-Worten kann alles sein. Ich kann nicht glauben, dass ich das noch nie gedacht habe, bis jetzt noch zu fragen. Und es ist mir schrecklich. Du wirst schon auch verstehen, Groot? Natürlich, ich mache. Ich bin sorry, ich will nur das Ding zu verletzen, bis wir es nutzen. Ich bin Groot. Ich bin Groot. Okay, ein zweites Ding. Ich bin Groot. Es ist ein TIE, dann. 2 für die benutzen. Ich bin Groot. Ich bin Groot. Ich werde mir ein Beweis. Er sagte, 2 für die Verzüren. Du wirst das nicht wahr? Wir können zurückkommen, jemanden, die wir verloren haben. Bei einem Kosten. Kein Kosten ist zu hoch. Wow. Uh... Okay, das ist, uh... Es ist viel zu processen, hier. Es ist sehr schwer auf die Verantwortung, you know? Es ist... Ich denke auf das. Ich denke, wie er das war. Ich gehe. Dann bin ich hier. Ich bin es nicht mehr. Wie kann ich das Ding erwarten? Aber mit Ihrer Hilfe. Ich glaube, ich kann die Beziehung sehen. Ich denke, dass ich den Platz können. Wir haben uns ein Loch, um ein bisschen zu konzentrieren. Ich bin es sicher. Wenn jemand mich braucht, ich mich auf emotional nicht bereitwillig bin. Und das ist neu. Hahaha. Imitiere sie, mache ich das richtig? Seine Emotionen überwinden mich. Sie suchen dich für Gelegenheit. Hilf ihnen. Ja, aber zu welchem Preis? Also ich meine, um abgesehen von dem Tod, aber ist dann tatsächlich die Person als solches wieder da? Oder ist es nur eine Imitation? Oder ich weiß nicht, ich kann mir nicht so vorstellen, dass das so richtig funktioniert. Also da muss irgendwo ein Haken sein bei der Sachen. Ich kann mir das nicht... Drax, wie warst du? Ich war wütend, dass du mir nicht die Nebula gefordert hast. Aber das... Aber jetzt, ich hoffe, dass die Forge zurückgebracht wird, wenn du sie benutzt hast. Also, ich... Ich glaube, dass du nicht die Chance auszunehmen, um mit meiner Frau und Frau zu erheben, obwohl du nicht verletzt hast. Huh? Du hast keine Recht, dass die Antenna-Weman das tun zu mir. Du hast sogar nicht gefragt, ob ich meine permission. Das ist die Höhe von Peter Quill. Mantis machte nur das, was ich gefragt habe. Das ist alles auf mich, Freunde. Ich bin sorry. Ich accepte deine Entschuldigung. Denn du bist zu schuldig. Du bist zu schuldig. Sie sagte mir, dass ich Angst bin. Ich mag nicht Angst. Suche Gefühle bringen mir großartig. Was? Was? Eine... ...frequently scared Person. Das hat mir geholfen. Ja. Anytime, Drax. Hey, Groot. Oh. Ist das ein Freund von dir? Ich bin Groot. Ich sage dir das. Wir werden alle okay sein. Das ist ein Kollege von dir. Ich bin Groot. Ja, dann ist alles geklärt. Alles top. Okay, ja super. Bei Rocket wird das gewicht schwieriger. Hey, Bart. Was ist denn? Ich bin Groot. 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 Ich muss erstmal zu sagen. Abundern! Ich habe etwas Stress. again, ohne Early. Wir sind alle zusammen. Nun, die sagen, dass die Zeit alle schmerzen. Wer ist sie? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht kann ich sie mit ihr. Aber vielleicht nicht jetzt. Ich denke, sie braucht ein bisschen Zeit. Okay, dann mal... Mal gucken, was Mantis sagt. Weil, wie das aussieht, ist sie noch nicht ganz glücklich. Ich bin aufgeregt nicht. Einer hier bleibt sehr... ...unzettelt. Emotionally. Ich bin aufgeregt. Ich bin aufgeregt. Ich bin aufgeregt. Ich bin aufgeregt. Ach so. Ich bin aufgeregt. Ich bin aufgeregt. Ich konnte dich nicht glauben. Warum würde du? Wenn meine eigene Freundin nicht? Weil meine Freundin nicht so gut ist. Ich habe eine Liebe von mir. Was hat sie gesagt? Dass ich ein Verstattel von Platz. Dass ich all das ich durchleuchte. Gamora sagt, sie noch wichtig für dich. Sie hat eine lustige Art von euch. Sie hat eine lustige Art von zeigen. Sie hat dein Leben gerettet, eine ziemlich abgedrehte Familie. Ich sah, wie du sie verraten hast. Äh, wo? Hä, wer ich? Da bin ich jetzt mal gespannt, wie ihre Sichtweise war. Ja, es wird dann schwierig werden. Okay, mal gucken. Jetzt sehen wir das alles aus der Sicht von Nebula. Ist alles okay? Was ist passiert? Alles ist okay. Nicht bemerkst du es. Alles ist okay, das ist nicht was es so aussieht. Nebula! Okay, das wird interessant. Ach so, ja. Hm. There is something you must know about Gamora. She has told me that she does not believe you are ready for this mission, that you never will be. Every day, she grows more agitated and bitter as she watches you surpass her. You've seen her lack of respect. She disobeys me time and time again. I will not believe you are. I will not believe you. I will not believe you. You should not believe you, Nebula. Gamora has become a risk to our family. Ich weiß, dass sie schwierig ist, aber Gamora wird dich nicht verlieren, Vater. Ich schaue dich, dass dich vorsichtig mit deinem Freund zu sein. Das ist alles, was ich bitte. Wenn sie ein Problem ist, kannst du ihren Platz nehmen. Stande zu meiner Seite, als meine größte Wälder und die einzige Frau. Gimora macht sich mehr hilfreich, mehr unverlässlich mit jedem Tag. Wenn sie nicht verliert, du wirst. Es wird nicht so sein, Vater. Ich bin nicht so sicher. Wir werden sehen, wie es geht auf Falien. Das ist dein Moment. Geht und vorbereitet. Bleibt deine Kommunikation offen. Ich werde die Situation monitorieren. Schuttschild. Huch. Aha. So, nochmal. Naja, sie kam mehr oder weniger genau im richtigen Augenblick, oder auch nicht. Nebula! Nebula, bist du okay? Bist du verletzt? Warum? Warum hast du das gemacht? Was? Ich hatte ihn. Das war mein Gebet und du hast ihn von mir genommen. Was? Tarvaal was about to kill you, Nebula. I just saved your life. I know you want to impress Thanos, but trust me. He is not worth dying over. Nebula. Father. How could I have done it? Das war's. You were wrong. It has come to this after all. I am done with her insolence. If you don't get rid of her, I will do it myself. Only I will ensure that your sister suffers greatly. Give me the device. Nebula, what are you doing? You took my kill. Gib mir das Gerät in exchange. Gib es mir! Jetzt! Ich will nicht hier fragen. Okay, hier. Hey, es wird gut sein. Wir werden okay sein. Wie er es verstanden hat. Ist es fertig? Was ist passiert? Was machst du ihn sehen? Es war nicht vorbei. Sie hat mir die letzte Mission zusammengebracht. Ich habe ihn versucht, was wirklich passiert mit Tarval. Aber natürlich, du hast uns verraten. Ich bin sorry. Ich... Ich wusste nicht, was passiert. Und wie normalerweise, du hast nicht verstanden, bis du es verletzt hast. Oh, ja. Weil wenn ich mich wissen, dass du dich anschauen, mich wieder zu töten, ich wäre gut gewesen. Hey! Sie war immer gegen Thanos, testet seine Grenzen. Sie wurden beide verarscht. Sie wurden beide von ihrem Vater verarscht. Sie wurden beide 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 verarscht. Let's go! Ich sag ja, der einzige, der hier irgendwas verbockt hat, das war der Vater. Thanos, dieser Drecksack. Der hat beide manipuliert, gegeneinander ausgespielt. Sie wurden beide verarscht. Sie wurden beide verarscht. Das wäre ein ziemlich besonderes Name. Hey, Peter. Give me one second. I'll meet you in my room. Sure. Quill. Thank you for talking to Nebula. It means a lot to have her here. It gives me hope. Uh, what are you... No. Ach, come. Au! Hey! What? Was that a dagger? Was that... You got a throwing star there? Whatever. You got something pokey on your hip. I do not usually hug. You're a good friend, Peter. I see. What's that? What's that? Uh, hey, Pete. Uh, I threw some mean words your way back there, and I, uh, I just, I wanted to apologize, you know? Yeah. So yeah. Sorry about that. I just, uh, I got worked up, you know? This whole forge thing. Hey, don't even worry about it, man. Best friends forever? Eh, at least until death. That's close enough. Oh, God. A nerd for my cram. Wow! You take great pride in yourself. Oh, was jetzt? For someone, who is so sad. You are a very nostalgic person. Oh, stell dir vor, du musst mit so einem Menschen zusammenleben. Hey, hey, whoa, what's the matter? Why... Why are you crying? Why am I crying? Oh, 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 oh Dieser Land ist so verletzend von ihren Gefühlen, auf der Vergangenheit auf der Vergangenheit. Nicht hier leben, im Moment. Experienzieren all die wunderschöne Dinge um dich. Na, es ist... schwer zu lassen, der Vergangenheit. Es macht dich, du bist. Ich kann das sehen. Aber ich möchte nicht definiert von dem, was vorhin kam. Jeder sollte, dass sie auf der Vergangenheit verraten. Ja, aber korrigieren... Ich meine, den perfekten Weg gibt's ja nun mal nicht. Es macht mich besser... ... und schlimmer. Ich liebte es. Hey, Mantis? Kannst du mich jetzt zu diesem magischen Schrein? Natürlich! Aber es ist ein langer Weg... und ich muss komplett konzentrieren. Es kann keine... Es kann keine Distraktion... Ich wusste nicht, dass wir das tun. Oh... Distraktion. Ich will sehen, was ich tun kann. Was ist denn nun wieder? Wer streitet jetzt wieder? Ja, alles klar. Das geht doch... Hehehehe. 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 Ja, 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 ja. Hm? Ja, 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 ja. Das geht doch. Hehehehe. Sau. Sieh mal... Alter, die können sich auch nicht ein bisschen zusammenreißen. Chiambala... Everyone is lucky. Everyone is so kind. On the road to Chiambala... Ha ! Ha ! Dann mit dem... Bei dem mechanischen Arm wird das, glaub ich, schwierig. Heheheuu... Selbst mit Gamora nicht. Und sie sitzt nur da so. Auf dem Weg zum Schrein. Ist das so eine gute Idee? Wenn sie da irgendwo im All rumschwebt? Na, Gentleman ist er ja. Das muss man mir lassen. Na, wie du das ganz... Rocketer. Alle nur Flusen-Copter. Uh. Bling, bling. Na, sind wir endlich da. So langsam Zeit. Aber irgendwie vertraue ich ihr noch nicht so ganz. Also irgendwie... Auch wenn sie eine Empathin ist, aber ich weiß nicht, irgendwie... Irgendwie so schwingt irgendwas mit. Irgendwie schwingt irgendwas mit, was mir nicht gefällt. Die Entrance zum Schrein.